Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde besiege ob es Siege oder wie auch immer Hallo ich bin jetzt in der nächsten Runde ich bin jetzt in Runde 24 was müssen wir da machen ahhh ok alles verstanden einfach alles verstanden ich glaube dann nehme ich mal gut ich bin laden meine Seege mal wieder tja bing oh 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 Jungs heftig so der säge passt das irgendwie nicht ganz Mist. Was mach ich denn? Nee, das klappt auch nicht. Das klappt nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ich wollte jetzt hier das gleiche Konstruktion noch mal da hinbauen. Allerdings klappt das nicht, weil ich würde mal sagen, der ist viel zu groß. Den 2 Block könnte man da nicht reinbauen. Hier. Da werden wir unsere Reifen kaputt hauen. Könnten wir hier wahrscheinlich nur so 2 Einer reinbauen. Aber die Einer... Das wären ja jetzt 3 Felder. Und das wäre... zu klein. Deswegen. Das so schon mal nicht gehen. Also an sich ist ja die Segel ganz gut gegen die Leute. Wir sehen ja, die sind ja gerade weggeflogen wie sonst was. Das ganze gefährdet ist noch ein bisschen zu unstabil. Das müssen wir noch mal schnell machen. Stabiler machen. Das können wir noch schnell machen. Das können wir noch mal hier nicht sein. Wir sind ein bisschen fester. Jetzt können wir noch mal das ganze Gefährt an sich. Bisschen stabiler so machen. So. So. Wenn wir das jetzt so noch mal stabiler machen. Ob das auch nicht? Ich weiß es nicht. Das werden wir gleich sehen. Ich hoffe es auch. Ah. Da rutscht immer ein. Obwohl vielleicht jetzt die Bekreuzer vielleicht nicht besser als... So wie ich das jetzt hier mache. So. Jetzt haben wir das alles stabiler gemacht. Jetzt könnte man vielleicht noch ein bisschen Schutz reinknallen. Dann machen wir hier die einzelnen. Jetzt müssen wir da runter. Das müssen wir auch. Das müssen wir noch den anderen Seite reinknallen. Da anderer Seite. Das müssen wir noch nicht. Das müssen wir k recuperieren. Also die anderen Seite. ich denke mal durch die Amor wird es auch noch mal alles ein bisschen stabiler und ich hoffe mal das ist auch noch ein Frank alles hier am Donnern und am Blitzen soo oh ich glaube das klappt nicht weil das Teil dreht sich ja nicht gut warte mal ich habe noch ein bisschen Amor vergesst Amor die dürfen noch von vorne kommen habe meine Ratte verloren ich habe mich noch um eine andere Ratte verloren am Menno was mache ich denn jetzt so was mache ich jetzt so woops da da Ich glaube, das war's für heute. wenn ich jetzt den da nehm... ok, egal Und in Ich glaube ihr denkt oder ich glaube ich weiß was ihr denkt was ich mache Wenn ich hiermit fertig bin 1,2,3,4,1,2,4,9 Stimmt So Jetzt kommt die Befestiger Das 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 Dann machen wir jetzt einfach Du Darin Du Daren Der Untertitelung des ZDF, 2020 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 das benutze ich nicht, das geht gar nicht, über den ab da 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 und da und da das schafft er gar nicht ne das geht auch nicht ich habe mir jetzt der Heckantrieb also musste ich dann hier hinten rechts links links rechts muss hier also nochmal ein bisschen verstärken dann werde ich nochmal hier eine line ziehen hier eine line rein oh der ist falsch und da ein da ein und da ein so jetzt müsste es auch ein bisschen besser laufen wir haben leider schon fast kaputt aber jetzt haben sie es schon kaputt genommen das ist irgendwie noch alles ein bisschen instabil hier hinten ist es zwar nicht instabil aber egal so wir flüchten auch mal auseinander wenn ich über jetzt hier was was hilft ich weiß es nicht das wird mal schein gut aus Augen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sooo Oh, das habe ich auch gelobt Oh, das habe ich auch gelobt Oh, das habe ich alles hier Nein, nochmal What the fuck Wir sind jetzt schon Vielleicht hält das so ein bisschen besser Warte mal Was ist denn das da? Was ist denn das da? Habe ich da wieder Ein Ding? Das ist auch so Was ist denn das da? Was ist denn das da? Ja Ja Bis gleich Dann machen wir jetzt einfach mal Ein bisschen Gewicht noch hinten rein Machen wir mal wieder 3 Reihen Die 3 Reihen Befestige mal die auch nochmal kurz Was ist denn das? So So Das wird doch jetzt passend hier oder nicht Aber Damit es besser aussieht So 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 foto ich werde jetzt wahrscheinlich nur noch dadurch weggeschoben Mann das kann doch nicht wahr sein oder machen wir das so da kommt ja noch weg Oh. Ich habe einen Fallschreit gemacht. Ja. Hat mich. Hat mich. Hat mich. Ah. So. Mal hier. Mal den weg. So. So. Und auch noches. Nein. Meine Achse ist schnell kaputt. Die Achse bricht so schnell weg. Und besser das ganze ein bisschen zu schwer ist. Ich weiß es nicht. Das sieht aber eigentlich ganz nice aus. Ich spreche mal den. Den nennen wir den. Den nennen wir den. Trächer. 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 Ich probiere einfach meine Weize. Ich probiere einfach meine Weize. Das andere was ich gerade gebaut habe. Eher eine Weize wie das hier. Ich probiere mal den Schieber. Ich probiere mal den Schieber. Mh. Der ist schon schmal. Ich probiere mal den Schieber. Haut mich doch nicht. Ja. Wie komme ich da jetzt so hoch. Das ist die Frage der Frage. Dann. Ich weiß nicht mehr so genau was ich machen kann. Ich weiß nicht mehr so genau was ich machen kann. Ich werde jetzt mal mein. Luftflugzeug nehmen. Starten. Und einfach mal. Ich habe jetzt hier. Ich habe jetzt hier in der Mitte. Zieh mich in der Mitte. Zieh mich in der Mitte. Eine Bombe abwerfen. So. Okay. Und den nochmal. Und den nochmal. This house. Es regnet stahl. Das eine fehlt jetzt noch. Da werden wir aber drauf landen. Da ist es. Ja. Nach langem ausprobieren. Hab ich das. Mit meinem Luftschiff geschafft. und ja ich hoffe euch hat die runde gefallen ich habe jetzt sehr viel gebaut aber irgendwie nichts richtiges aus dem Luftschiff das passt für alles ist immer die notlose Lösung das Luftschiff ich hoffe jetzt spaß und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin viel spaß und auf wiedersehen